Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen volatilen Freitagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.300, 19.400 US-Dollar. Wir hatten eine sehr volatile Nacht, wir hatten aber auch einen perfekten Weekly Close heute Nacht. Sehr, sehr gut, wie es bis jetzt aussieht. Wie gesagt, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. Und nochmal ein riesen, riesen Sorry für den abgesagten Livestream gestern spontan. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, ich hatte noch einen wichtigen Termin. Aber ich lasse mir nochmal für euch einfallen, um das wieder gut zu machen, weil ja doch einige wirklich im Livestream gewartet haben. Tut mir wirklich, wirklich leid. Wird auf jeden Fall wieder gut gemacht. Ansonsten, wie gesagt, wir starten jetzt sofort durch, 19.400 US-Dollar. Es hat sich eigentlich so ausgespielt, wie wir eigentlich schon die ganze Woche vermutet haben. Wir sind Downside gegangen, ins Golden Pocket, wo ich gestern noch ein Update liegen gelassen habe. Habe aber in der Woche schon gesagt, Leute, perfekter Long Entry eigentlich um das Golden Pocket. Stop Loss und das 0786er und es hat perfekt ausgespielt. Wir hatten einen perfekten Weekly Close mit nochmal dieser Stundencandle. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart. Wir hatten nochmal einen ordentlichen, ordentlichen Pump in dieser Region hier bis knapp 21.000 US-Dollar. Wir sind dann am Weekly Pivot rejected worden in dieser Liquidationszone hier oben. Wir haben alle Voids geschlossen, wir hatten einen enormen Pump. Trotzdem glaube ich nicht, dass es das mit der Korrektur war. Also meine Long Position ist mittlerweile auf Stop Loss Entry. Also ich habe mir zwei Orders gesetzt. Der Entry müsste jetzt hier unten bei, ich glaube 18.700 US-Dollar knapp sein. Dann Weekly S2 getestet, Void gefüllt, man sieht es hier drüben ganz gut. Also diese Zone haben wir auch schon die ganze Woche drin, wo ich gesagt habe, okay, die wird früher oder später gefüllt. Wir haben sie auf einen Dollar genau gefüllt. 0786er war der Stop Loss und wir sind ganz knapp daran vorbeigeschlittert. Gutes Zeichen. Trotzdem, wir hatten hier einen enormen, enormen Volumen-Move. Heißt für mich, momentan, wir gehen auf jeden Fall nochmal eine Etappe tiefer. Killen hier die Stop Losses, wenn nicht sogar ein kurzer Wig und das 0786er, bevor wir dann einen neuen Anlauf nach oben starten. Sonst, alles wirklich bisher perfekt aufgegangen. Wir hatten unseren perfekten Weekly Close über unserem alten All-Time-High, also über 19.800 US-Dollar, aber wirklich mit den letzten 15 Minuten. Also es sieht wirklich gut aus. Schauen wir uns die größeren Timeframes an. Auch hier sehen wir diesen enormen Wig. Die Frage ist jetzt, was wird zuerst geholt? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt hier wirklich nochmal in Richtung 18.800 US-Dollar um diese Position, die hier eröffnet wurden. Man sieht es ja an diesem krassen Kaufvolumen, was da reinkam, um die zu schließen. Um dann nochmal die Shorts am Wochenende zu schließen, einfach um diesen Wig hier oben abzuholen. Und dann befinden wir uns im Endeffekt wieder da, wo wir vorher waren, im Niemandsland. Dann müssen wir gucken, okay, wie sieht der RSI aus in dem Moment. Haben wir noch Luft nach oben? Weil beide Zonen, einerseits diese hier, wurde mit enorm viel Liquidität geschortet. Hier unten wurde mit enorm viel Liquidität gelongt. Also das heißt, ich kann mir am Wochenende ein sehr, sehr gutes Rangeplay vorstellen, dass wir uns die ganze Zeit hier in diesem Bereich zwischen 18.800 US-Dollar bewegen. Unser W-Pattern ist auch noch eine Möglichkeit, dass wir uns hier weiterhin doch nochmal einen Satz nach unten bewegen. Und dann ein schönes W-Pattern in der nächsten Woche formen. Ist eine Möglichkeit für die 23, 24 oder sogar 25.000 US-Dollar. Müssen wir aber abwarten, ob sich das dann wirklich ausspielt. So, weg damit. Ich mag diesen Pinsel nie. Das stört mich immer. Also wie gesagt, es sieht eigentlich ganz gut aus. Unsere Long-Position ist gut gelaufen. Also Glückwunsch an alle, die das mitgemacht haben. Profite, Stop-Loss, Entry und alles ist gut. Gut, ging zwar alles relativ flott, aber trotzdem Take-Profit setzt man sich vorher. Wer noch wach war, auf jeden Fall Glückwunsch, der wird wahrscheinlich alle drei Take-Profits abgeholt haben. Zumindest ich, bei mir wurden alle drei abgeholt. Einerseits hier vor dem S1, dann am 0,382 plus dann nochmal am 0,236er. FIP-Level machen wir jetzt mal weg, weil das ist für mich jetzt erstmal ein bisschen invalide. Golden Pocket wurde abgeholt, 0,786er fast abgeholt. Sieht wirklich gut aus. Trotzdem, volatiler Morgen kann auf jeden Fall noch passieren. Wir haben jetzt eine neue 4-Stunden-Demand-Zone genau hier unten. Würde dann damit passen, dass wir uns diese Longs hier einfach nochmal kurz abholen. Die unten Long gegangen sind, Stop-Loss abholen und dann nach oben. Und dann vielleicht heute im Laufe des Tages, je nachdem wie volatil ist, wird es sogar heute nochmal in Richtung 21.000 US-Dollar gehen. Also wir haben hier wirklich das Pump-and-Dump-Szenario, was hier abgeht. Es werden Longs gekillt, es werden Shorts gekillt, jetzt vor dem Wochenende vor allem. Aber gut, ein bisschen Volatilität, die wir die ganze Woche im Endeffekt nicht hatten. Es ging nur nach unten in eine Richtung. Jetzt ein bisschen Volatilität ist vielleicht ganz gut. So, schauen wir uns Ethereum an. Hier im Endeffekt das gleiche Spiel, was mir hier aber zum Beispiel noch ein bisschen fehlt. Ist einfach, dass wir das Void nicht komplett gefüllt haben. Man sieht hier unsere grüne Zone. Wir sind auch perfekt ins Golden Pocket reingekommen. Also auch hier, wer hier in den Trade eingegangen ist, schöne Profite gemacht. Stop-Loss mittlerweile jetzt dann auf Entry, wer hier in diesen Trade reingegangen ist. Weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sollte Bitcoin doch nochmal einen Move nach unten hin machen. Also nächstes Ziel, bearisches Preisziel wäre bei Bitcoin wirklich dieses Low bei ungefähr 17.500 US-Dollar. Wird dieses Void hier auf jeden Fall noch gefüllt. Also ich lasse das hier drin. Das Golden Pocket können wir ja auch nochmal drin lassen, weil das 0786er nicht wirklich angetestet wurde. Müssen wir mal einen Blick behalten. Auch hier viel, viel Volumen reingekommen. 1-Stunden-Chart schauen wir uns gerne mal noch dazu an. Seht mal hier, also auch hier genau im Golden Pocket ist das Volumen dann nochmal reingekommen. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wir fischen uns diese Liquidität hier noch raus, bevor wir hier einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Ethereum hat ein bisschen was aufzuholen. Nicht so dieser krasse Pump wie bei Bitcoin, wobei das bei Bitcoin schon wieder stark an Manipulationen senkt. Genau im Weekly Close über dem All-Time-High. Aber gut, also diesen Monthly Close meint sich. Ich sage die ganze Zeit Weekly Close, wir haben ja erst Freitag. Monthly Close natürlich, sorry. Ja, Liquidität gibt es weiter unten, viel, viel mehr zu holen. Deswegen denke ich mir erstmal ein bisschen bearischer nochmal nach unten, bevor wir dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Gut, ansonsten der gesamte Altcoin-Markt eigentlich relativ rot. Aber gut, das hat auch damit zu tun, dass wir nochmal ordentlich gepumpt sind. Schauen wir uns XRP an. Hier leider nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir sind hier knapp unter das 0,786er Fibonacci Retracement Level doch noch runtergekommen. Leider haben aber auch hier alle Voids bisher gefüllt. Wir sind sogar hier unter diese kleinen 4 Stunden Demand. Ah ne, wir sind genau in diese 4 Stunden Demand. Okay, das war mein Fehler. Also gut, da habe ich es ein bisschen verkackt. Man sieht es hier ganz gut. Ich mache jetzt erstmal diese große Zone weg. Hier hatten wir nochmal eine 4 Stunden Demand. Wir sind genau da reingekommen. Also da hätte ich ein bisschen mitdenken können, in Anführungszeichen. Und ein Stop-Loss unter diese 4 Stunden Demand. Aber auch hier seht ihr deutlich, deutlich die Volatilität, was hier abgeht. Pump and Dump vom Feinsten. Aber gut, in die XRP bin ich auch nicht reingegangen. Mal schauen, da hätte man eigentlich schön einen Trade machen können. Aber gut, Altcoins momentan sowieso noch deutlich, deutlich volatiler. Also passt hier auf jeden Fall auf. Was können wir uns noch angucken? Irgendwas wird sich glaube ich noch gemotet. Und genau, Bitcoin Cash wurde sich noch gewünscht. Habe ich in den Kommentaren zumindest gesehen. Auch hier eigentlich relativ wenig Bewegung. Klar, auch hier dieser Pump, der jetzt schon wieder fast aufgefüllt wurde. Schon mal ein gutes Zeichen. Wir gehen mal hier in die größeren Timeframes, ob wir hier irgendwelche Muster noch erkennen können. Keine Demandzone, zumindest nicht in 4 Stunden, in 3 Stunden. In 3 Stunden haben wir eine kleine Demandzone, die bereits angetestet wurde. Die aber noch ein bisschen Luft nach unten hin hat. Also auch hier, momentan sieht wirklich alles so auf vom Altcoin-Markt. Wart ein bisschen tiefer nochmal aus, bevor wir dann vielleicht am Wochenende eine neue Relief Rally starten könnten. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber gut, warten wir das Wochenende ab. Pump and Dump vom Feinsten. Ich kann es echt nur wiederholen, was hier momentan abgeht. Aber gut, solche Chance muss man auch nutzen. Wir haben uns ein bisschen Volatilität gewünscht. Jetzt kriegt man ein bisschen Volatilität. Und ja, dann, ich habe immer noch nicht LSS. Noch ein kleines Update zu meinen Small Caps. Ich habe LSS gestern noch ein bisschen nachgekauft, nachdem wir ja schon darüber gesprochen haben, dass hier ordentlich ein Pump reingekommen ist von über 200%, glaube ich. Habe ich jetzt gestern wieder ein bisschen nachgekauft, nachdem hier eine deutliche Korrektur war. Wir hatten zwar ein Pump von 200% korrigiert, sind wir dann wiederum um... Ne, der Chart passt nicht. Ah, wir müssen von da oben. So, jetzt. Wir hatten ein 200% Pump, sind 45% wieder gedumpt. Deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen nachgekauft in LSS. Wir haben zwar hier noch ein Void in diesem Bereich, aber gut, das Risiko gehe ich jetzt ein, ist ein Small Cap. Hier werden sowieso keine riesigen Investitionen getätigt. Aber vielleicht jetzt auch für alle, die noch nicht in diesem Small Cap vielleicht drin sind, Schaut euch das Projekt an. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen nachgekauft nach diesem Damm. So, soviel dazu. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe. So. Bitcoin fällt unter 19.000 US-Dollar. Fake News. Wir waren über 20. Ne, Spaß. Und ETF-Ablehnung. Ja, diese ETF-Ablehnung schwört ja immer noch herum. Ich glaube, Grayscale hat jetzt Klage gegen die SEC eingereicht, was das soll und alles. Wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema. Mal gucken, wie das alles endet. Vielleicht im Laufe des Jahres, dass er vielleicht doch noch zugelassen wird. Wäre auf jeden Fall gut. Ansonsten schaut euch die News gerne an. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, Link unten in der Videobeschreibung und in den Links. Ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr irgendwelche Börsentipps wollt. Apropos, ich glaube, am Wochenende kommt noch ein neues Talk-Video und eine neue Börsenvorstellung. Ansonsten findet ihr alle Börsenvorstellungen unter, ich glaube, ich habe einen Ordner da angelegt in YouTube. Könnt ihr euch gerne angucken. Mein Favorit auf jeden Fall, BingX. Soviel zu mir. Wir hören uns morgen früh zu einem neuen Update-Video wieder. Ich freue mich drauf. Ansonsten, schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao. Soviel zu mir.